Elon Musk hat auf Twitter X einen Tweet geliked, der meine persönliche These bestätigt. Und diese These habe ich vor einigen Tagen in einem YouTube-Video dargelegt mit dem Titel Elon Musk setzt jetzt alles, großgeschrieben, auf eine Karte, Klammer auf, neues Risiko, Klammer zu. Und übrigens war das eines der Videos mit den meisten Dislikes, also Daumen nach unten in meiner persönlichen YouTube-Geschichte, was nicht sonderlich verwunderlich ist, denn immer wenn ich mir das Recht herausnehme, kritisch über Tesla zu berichten, dann gibt es einen signifikanten Teil der Zuschauer, die sagen, was fällt dir ein, kritisch über deine eigenen Investmentthesen zu berichten, du solltest Tesla anfeuern wie ein Fußballklub, in guten und in schlechten Zeiten. Und das ist eben nicht meine Herangehensweise an diese Thematik, sondern ich bin täglich dabei, meine eigenen Ideen zu hinterfragen, ich verbringe mehr Zeit damit, Kritik zu lesen als Lob zu lesen, weil das uns, glaube ich, am Ende weiterbringt. Und das liegt auch daran, dass die meisten Zuschauer gar nicht das gesamte Video schauen oder nur einzelne Sätze herausgreifen und versuchen, daraus irgendetwas abzuleiten, was nicht unbedingt der Realität entspricht. Denn auch wenn ich im öffentlichen 100x Depot, in das ihr Zuschauer investieren könnt, die Tesla-Aktie deutlich, deutlich reduziert habe, habe ich das in meinem eigenen Depot zum Beispiel nicht getan. In einem öffentlichen Depot, da hängen tausende von Euro von euch dahinter, die ich sozusagen zu verantworten habe, während in meinem privaten Depot ich machen kann, was ich will. Und ich habe eben in den letzten Monaten eine Zuspitzung der Risiken gesehen und habe deshalb die Aktie dort reduziert. Also, worum geht es? Elon Musk liked diesen Tweet, der sagt, Elon hat entschieden, die gesamte Firma auf Robotaxi zu setzen. Und ich sehe diesen Like von Elon hier als Zustimmung. Und das ist im Grunde auch die Bestätigung der These, wo ich nämlich gesagt habe, Elon hat die Aktie verändert. Viele Themen, die ich persönlich für wichtig erachtet habe, wie zum Beispiel das Model 2, also der günstige Tesla, wo ich persönlich dachte, das wird ein wichtiges Thema, um zum Beispiel den lateinamerikanischen Markt zu öffnen. Ich habe einige Jahre in Kolumbien gelebt, wo das Interesse an Elektromobilität durchaus gegeben ist, aber es eben keine validen Optionen gibt, weil die Einkommen sehr viel niedriger sind und so weiter und so fort. Und dieses Thema ist vom Tisch, Leute. Und da habe ich auch viel Widerspruch bekommen. Und es gab Kommentare, die auf den Tesla-Welt-Podcast verwiesen haben, die wohl anderer Meinung sind und so weiter. Elektrik hat es in einem Artikel gestern nochmal bestätigt. Tesla stellt das 25.000 Dollar Elektroauto mit dem Codenamen NV9, so heißt das Ding wohl intern, in den Hintergrund, trotz dessen, was Elon Musk sagte. Und sie berufen sich hier auf interne Quellen und sagen, das Ding kommt nicht. Das wird nicht kommen. Elon Musk setzt alles auf das Robotaxi. Und nichts anderes habe ich gesagt. Ich habe gesagt, die Aktie ist jetzt eine andere. Das Robotaxi ist der Hauptfokus. Wir haben gestern übrigens auch gesehen, dass hochkarätige Mitglieder der Tesla-Führung die Firma verlassen haben. Und wenn man sich diese Abschiedsbriefe, diese Abschiedsposts durchgelesen hat, sind mir auch einige Dinge aufgefallen, dass zum Beispiel Elon Musk teilweise gar nicht genannt wurde. Ich glaube, dass es auch intern gerade sehr große Auseinandersetzungen gibt, in welche Richtung die Firma steuern soll. Und auch wenn ich persönlich deutlich optimistischer bin, was die Technologie des Robotaxis, des autonomen Fahrens angeht, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass ein großer Teil des Marktes das eben nicht so sieht. Und dass ich persönlich der Auffassung bin, dass die Risikowahrnehmung für Tesla jetzt eine deutlich andere ist, dass sich insbesondere große Institutionen, die 30 bis 40 Prozent aller Aktien halten, sich jetzt die Frage stellen, also woher wird denn das Wachstum kommen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, wenn zum Beispiel das neue Model 2 in Anführungsstrichen jetzt doch nicht kommen wird. Und jeder, der in diese Aktie investiert ist, sich fragen muss, ist das, jetzt fängt meine Tochter an zu schreien, ich muss mich beeilen, sich die Frage stellen muss, ist das die Aktie, die ich in meinem Depot halten will? Glaube ich an die Zukunft des Robotaxis, ja oder nein? Und sich die Risiken einfach vor Augen führen soll? Und das ist alles, was ich sagen wollte. Das ist meine These, das ist mein Punkt. Und da könnt ihr gerne widersprechen, diskutieren in den Kommentaren oder bei Telegram unter projekt100x.de slash Telegram. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.